Oh, hallo, grüß euch. Ich muss sagen, das passt mir heute überhaupt nicht. Heute ist einmal Zeit für Sport. Ich bin Sturm, da habe ich wirklich keine Zeit für euch. Das ist heilige Zeit. Machst du nur schnell Geschirrspüler aus? Ja, der Geschirrspüler kann warten. Heute ist heilige Zeit und das heißt nur, ich und der Fernseher. Macht das gut. Das eine kann ich sagen, beim Sport, da sind wir als reine Gehen vor Ort dabei. Und du seid allein, ich sitze da bis in der Früh und schaue beim Boxen zu. Weil, wenn sich's wach in die Barten hau, stärkt es ein unterdrücktes Selbstvertrag. Die Gesichter sind verschworen im bludig Rot. Geht uns voll beißt in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden und zu sein wie. Es lebt in der Sport. Es ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Es beliebt bei einer und jungen. Wird ein Schiedsrichter von der Schule steigst ja mutlich in die Goschen. Dann gibt's eine Massenschlägerei. Er ist immer leicht dabei. Wenn wir zu einem Kulotekart sieht, der Rot ist ganz genau. Weg kann aber Teufel machen ihm ein bisschen mit, weil er ist abgebrüht. Wann ihn dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn's seine Norden nicht zerlegt. Ein Stutz bei 120 kmh entlockt ihm einer freut es. Hoppala! Und legt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt es so richtig, der Kaffee. Es lebt in der Sport. Es ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Es beliebt bei einer und jungen. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von der Schiebe frei. Und wir sind in der Landschaft und da zieht er seine Ohren nicht. Wenn er es überlebt und geht, dann wird er noch ein Interview. Mach ja ein Zwiebel an der Spiegel. Es war voll, oder? Es gibt ja jeden Sportort mit der Zeit ein bisschen Löt. Wann es am Herd erfüllt. Autorinnen sind da sehr gefragt, wer hier und da sich einer überschlagt. Geschwammt mit einem Doppler sitzt man da. Und hofft auf einen scheinchen Puserat. Denn durch einen spektakulären Krisch wird ein Grand Prix erst richtig recht. Es lebt in der Sportart. Er ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Es beliebt bei einer und jungen. Explanieren die Polinen ist das Publikum zufrieden. Weil ein Flammen dessen Pferd macht. Schaut man immer wieder gern an. Hört ein Kalt auf der Tribüne. Das ist seit einem Sport das Schöne. Es lebt in der Sport. Er ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Es beliebt bei einer und jungen. Es lebt in der Sport. So, ist es. In diesem Sinne, einen sportlichen Abschiedsgruß für euch. Ein Horrofelsport. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend. Vielen Dank fürs dabei bleiben. Das ist schwierig für mich. Das mache ich öfters falsch. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend. Lasst das krochen, macht das gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.